Jo, hallo hier und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, äh, der Fender hingegen, ähm, ja, mit am Start ist der Fille, schaut natürlich, schaut natürlich auch bei Basti vorbei, ähm, ja, gut, dann brauchen wir mal, dass die Katastrophe gekommen ist, um so eine Sache zu erfolgen, ah, denn der Heid Somat muss noch umgeändert werden, der muss verrechnet werden, Herr Mülller. Ah, da ist er, hallöchen. Ja, äh, du bist hier wegen dem, äh, Trigger umschreien. Genau. Ja, der steht da hinten, guck mal. Der Herr Bier war da und ich kann auch alles umschreien. Ich hab mein Opa einen Schlepper geerbt. Ah, okay. Der Herr Bier ist gleich heut. Ah, okay. Für den baust es. Jo, dann kann ich den anrufen, irgendwann mal und, äh, ich hab's halt sagen, was fertig ist. Ja, jetzt kann ich das Gewicht hoch anhören. Äh. Ja, ja. Super. Ich hab mich bemüht, ich hab mich ein bisschen kreativ ausgearbeitet auf den Schlepper voll Opa. Ja. Ja. Hab mich schon gewundert, der war richtig aggressiv, wo ich nachgebracht habe. Hehe. Ich soll da nicht so viele nachfragen. Nein. Nö. Für den Herr Bier passt er. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Paar Senioren zusammen. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke. Wünsche einen schönen Tag noch. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, leih, jetzt kann ich ja in die Karne hinsteigen. Ich hab da hier aber noch stehen. So, aber dann können wir jetzt, äh, Philipp, kannst du mal den Halt zum Markt, äh, können wir dann mal gucken, was man da anhält, wie er trinken kann. So, wir wollen mal schauen, wo er das sind. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? So, nein, es geht zu schauen. So, nein, es geht zu schauen. Gut, dann haben wir das. Moin. Ah, Didi, sehr gegrüß. Na, alles klar bei dir? Ja, Stress, ne? Schön, schön, schön. Was hast du denn? Oh, schick das T-Shirt oder hast du an? Das ist ein Herr Bier, ne? Ich fürchte mich. Ach, hör mich mit dem auf. Du, der war gerade hier, hat hier ein Riesentheater gemacht. Ja, kann sie eben mal anrufen, damit der hier seinen Schlöpfer abholen kann. Ach, der kommt schon von der Leine. Ja. Ja, wie kann ich ansehen? Ja, ah, super. Ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, mit drüben ansehen? Oder willst du gleich mit Trägeruhe kommen? Ja, warte mal, komm, steig hier mit ein. Ja. Ja, Einer. Kann ich mit einsteigen, ja? Ja, weiß ich, ob das kannst. Ja, weiß ich, ob du immer. Äh, ja, was? Befekt, Mensch. Hey. Genau, alles gut. Fällt doch nicht raus. Nö. Recht ist, freilich zahlt die Versicherung, ne? Genau. Gibt's hier rechts direkt, ne? Genau. Jetzt halt die hinten durch, müssen die, kannst du jetzt durchfahren, genau. Äh, Saatkundendücker? Äh, kannst du, kannst du die hier von der Art holen. Wo denn? Hier, wärst du hier unter den Trichtall runter? Ach, hier. Müsst du eigentlich was rausbringen? Warte mal. Warte. Warte. Habe ich die Kabel dran? Warte mal, kurz. Ja. Warte, was rausnehmen, ne? Nee. Na, warte, Didi. Ja. Hm, hm, hm. Äh, ja. Nee, Lohnunternehmen hast du eigentlich. Ich kriege doch den Deckel nicht auf. Warte, was muss ich aufklappen? Bist du den Deckel nicht auf? Äh, aufklappen. Drücke mal N. Oder? G. Ja, da war, da passiert was. Ja, ja, ja. Guck mal, ob ich denn Didi ran kriege. Hey. Äh, hopp. Nee, 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 nee. Jo, was los? Ähm, kannst du mal, wenn du mal den, den Herr Müller da ansehen tust, den mal, äh, kannst du den mal fragen, ob der Trecker bei mir umgeschrieben ist? Und wenn der umgeschrieben ist, dann sag mir Bescheid. Ja. Ich hab Freischbücher in den Lager an, kannst du selber fragen. Nee, ich will mit dem nicht mehr reden. Der Fitter fragt ja alles bei mir, weil ich ja so ein Verbrecher bin. Ich möchte kein Wort mehr mit dem zu tun haben. Der ist mir zu böse geworden. Den nix getaten und so aggressiv da hier. Und dann ist der Frag, bla bla bla. Ergieren, das hat die Hüge. Ja, ja, nicht, ja. Kannste mir ja, sagst du ihm Bescheid, dass der mir die Beine bringt, weil ich will das doch aufbauen. Kannste das ohne erklären? Weil da spinne ich ja auch, ist ja auch nicht so. Kannste dir das doch mal sagen, dass der mir jetzt mal endlich die Beine da hinfährt und dann frag ich mir den Trecker und dann sagen wir Bescheid. Ja, ja. Und dann bringen wir den am besten gleich mit. Den kannst du selber holen. Nee, ich hab keine Zeit, ich muss arbeiten. Ja, ich auch. Gut, alles klar. Gut, bis später. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. Der hält ja mit jedem so um. Ach, fürchterlich. Ich kann dich befüllen. Warte mal, äh, habe ich, äh, kein Mal. Ja. Oh, geht das jetzt bei dir? In Ordnung. Ja, null. Aber, äh, Biele. Ja? Nimm erstmal, äh, Digi, nimm erstmal das, äh, 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 das, äh, äh, wir müssen hier mal schnell eine Schaufel organisieren. Oh. Ja, was wir dich befüllen können. wo soll ich hin ja hier kannst du hier zu passen hat schon mal zu glauben dass hier durch und fährst hier hinten ran deswegen durch die ganze schon mal ich hole da die bescheid wo noch mal was hier wo du jetzt bist du bitte gerste drauf drüben weizen jubi hallo grüß dich läuft gut ja das prima schickes teil und brauche in l ja da wo hier da wir haben den schaufel äh nee leute lantaner den schaufel was brauchst du denn marcel wir müssen hin aus dem silo mal den didi kalk ich mal nicht okay warte dann komme ich mal nicht kaufen allein und dann kommst du mal bitte rüber ja moment bitte rechnung mal ich habe ich alles klar dank dir ich über weiß dann genau youtube ja ja ich sicher gerade warum kreis stelle mal den halt zum markt noch wir die müssen zu uns wieder zurück überschreiben ja stellen hinten rein der marke schnell judy steht beim geschoss natürlich mitten im weg hier alle judy steht nicht wie ich mal die rundum leuchten an hier groß breit dunkel warte mal probiere mal die dinge da so rückwärts drin zu drücken und guck mal wenn du ja ja so guck mal ob du schon nein stopp gut super ich danke dir warte bitteschön wir hören uns ja gut ist die länge mit dem maschinen jo dank dir so marcel bist du ich bin ja wo bist du du bist schon drüben war ja ich komme mal so viele guck mal hier drüben ist eine schüttkuthalle mal her also hast du ja schon kalt drinnen wo sind die die jetzt hä ist doch dünger ja ja du musst halt die feder dünnen kalt ist aber was anderes als du hast du kalt da drinnen nein ich habe dünner drinnen ja so gut denn du mit mir suchen die die verdammte zähler anziehen tön erwarte mal vielleicht kommt er hier vorne hin ja aber ich rufe mal versuchen mal den herrn hier zu erreichen war die netteste person in unserem landkreis anrufen so mal die netteste person in unserem landkreis macht der nämlich dann der wird nämlich dann schöne sparen ferkel macht der und dann werde ich gehofft dass der müller auch mal die beilen bringt ja ja herr bier herr müller schönen tag ja schönen tag herr bier ihr träger ist fertig der war vorher auch schon fertig er war ja nicht kaputt herr bier der träger ist abholbereit ach so auf wiederhören so blöde man muss man sich hier nicht kommen lassen naja da so gut durch mit dem ich bin mal die beiden zu den hoch bringen ja alles gut ich bin mal die beiden weg ich bin mal die beiden weg halloo hallo ja moment ach Oh, Mist, jetzt habe ich alles ausgemacht hier. Ach, der ist nur noch bei dem am... ok. Gut, so wird er wohl. So, aber ihr Lieben, wie wir den Herrn Bier und seine Ballen bringen und ob das hier noch mal was wird, mit dem Herrn, dann am nächsten Fall gesehen. Bis dahin, schaut natürlich bei Basti vorbei, bei dem Herrn Bier, bei dem umgehornen Schlinge. Gut, aber schaut natürlich auch bei Filler vorbei. Ciao.